ja hey willkommen mein name ist zurück zu let's play blade kitten in der letzten folge haben wir die letzten gefangenen aus diesen komischen bereich gerettet für diese eine alien dame die hier das kwamata werde ich mir nie mehr merken und ja ich schreibe dazu auf wir haben einen skip und einen datenpack bis jetzt verpasst werde ich mal irgendwann suchen auf screen ja hier sind sechs truhen und zwei datenbecks weiß gibt es das ist ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht ich auto hier abgeschlossen steht unten längst hier steht ja normalerweise wo das gerade ist und bei abgeschlossen steht dann immer das mal komisch ja wir sind sogar irgendwie passend gekleidet jetzt für alle das hat dann also ich dachte ja ich kann die schilder von anderen entfernen auch hat sogar tanzen da und einfach abwachsen aber euch wahrscheinlich mir bringt das nichts schließt sie mal ab sagt er ist auf meiner seite irgendwie bin ich wie die feine gekleidet kann hat sein ich krieg dir sein schild nicht kaputt warum ich auch ab ich krieg dir nicht kaputt meine wütter hat wird ohne action reichende episode so wie mehr hat vorkommt verpassen kann ich ja eigentlich nicht mal so hatte dann guckst du die ganze zeit am boden ist sie traurig anscheinend nicht doch nicht so war du du er kriegt die ja nicht kaputt meine sagen wie ich das machen soll ich muss voll diesen jetzt wie sie läuft dabei neuer ist irgendwann pro geil wir sagen wir nicht da ist der weg wo ich lang sieht aber verdammt danach aus verdammt wie mache ich das okay war ich nicht nur irgendwo da wir stimmen darin so weder unten war noch was kann ich habe irgendwie abstellen sehr gut er hat er bestimmt richtig viele schmerzen war wer da unten war noch irgendwie hat so da gehe ich nicht runter ne 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 wenn man sich die über aktiv drauf zu ab 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 habe ich muss aufs kriegen hier noch durch alle level noch mal rasen in die ganzen liga zu finden vielleicht nehme ich da auch noch auf und zeigt das wort ist auch was das ist schon wieder keine komplette ist ja in mir so ich möchte auch zeigen wo ich die gefunden habe au nein danke irgendwie voll wie die gegner gekleidet das ist irgendwie nicht so gut wie sniper wo sie hat oscar hemer da irgendwas schönes bitte noch ich kann auch ja unmöglich schon richtig sein ne so gegen solchen da also ich gehe doch nicht entgehen aber hier sagt er jetzt ihr gott er jetzt zu mir ich vergaß tut mir leid ich wollte euch nie im leben angreifen also irgendwann runter ok ich habe in einem part schaffe ich glaube nicht so 1000 möchte ich mir nicht entgehen lassen so es hat gar nicht erreicht manchmal explodiert hat nichts gebracht da möchte ich noch nicht hin ich möchte erstmal hey brauche ich doch nicht mein ding ins ok verdammt hey ich brauche die noch mal es baut noch mal bitte na so ok schon wieder alles möglich entdeckt und macht alles falsch hoffe ich darf mir jetzt noch auf aber nicht mehr nach richtig doof verdammt hey da sind wir ja da will noch mal neu starten oder so aber sowieso nichts gefunden voll lächerlich eigentlich aber egal wenn wir einfach dadurch erstmal bis zu denen da kann ich auch nochmal unten nachgucken was da alles ist bevor ich hier den schalter aktiviere ja ja ich renne jetzt hier durch ich werde nichts dagegen tun ich bin nirgendwo ich bin nirgendwo aber super ich bin nirgendwo haue aber selber schon war erst mal hier gucken da unten noch als es ist da habe ich zum beispiel verpasst und hier ist irgendwann zu glauben das kann man nichts mitmachen da hat auch der glattfisch jetzt noch mal aufnehmen irgendwie überspringen ja heute mal die tour davon nicht sehen ja diesmal nicht okay ja voll viel geld bekommen da muss ich eigentlich auch nicht du jetzt eigentlich offiziell da muss ich dann ja dann kann man sich da klar hier muss ich lange okay was schon sagen darf man sich das ja gar nicht verbauen eigentlich anscheinend schon hier oben war das genau da war jetzt ganz einfach ja durch rennen ich habe mir jetzt nicht noch mal die ganzen sachen hier ein wenn ich das geld vielleicht gebrauchen könnte für ein neues system da es ist man ja wie es geht sehr gut sehr gut den geheimnissen haben sie aber auch echt nicht gespart hier im spiel der ort und da ist das ding sagt so jetzt kommen wir endlich weiter wenn sie auch noch so was das war ein fliegendes schwert so ein geist aber du bist tot verdammt was geht denn jetzt auf mich los aber auf westen schacht diese seite steht hier eigentlich soll ich doch helfen man dann leute ich nehme alle kaputt sondern wir haben mich als erst angegriffen oder gibt es über eine male ja du mich auch naja klappt ihr euch mal gegenseitig aaa verschwinde mal sagen wir euch mal wo kannst du was kreis und wie kreis bringt gar nichts springen die einfach von oben an macht einfach kaputt und wir hat mal und dann bricht eure kämpfe lässt sich holt ein bisschen geld vor dem schild weg selbst die gesetze schwerkraft außer kraft so ein dickes schild hat sich nicht durchbrechen kann aber wenn seine fuße angegriffen dann dieser tod natürlich wollte ich gar nicht egal wollte ich sowas von hier war nichts mehr okay dann weiter einer wir sind freunde oder besser anfang haben sie mich nur in ruhe gelassen dann greifen sie mich einfach an zum teufel ja ich hoffe okay der ist einfach weggegangen ich habe gesehen wie er mit dem kopf in der band gesteckt hat wie ein strauß da kannst du doch mehr da kannst du nicht rein da ist zu da kannst du nicht rein ja schon ein bisschen oft passiert kann das sein so ist noch ein checkpoint direkt warte mal okay ich dachte jetzt runter okay und nun kann ich kaputt machen warte au hilfe polis ist ach au was wo kommen die ganzen wälder streine war au hilfe ich bin an orten wo ich eigentlich nicht sein sollte habe ich so das gefühl so ich hänge mich jetzt an das ding ja ich bewege sich nach links au nein ich bin schon wieder hier drin mein du bist satt ohne die kompliziert hier ey äh 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 boah Hilfe gib mir das komm her ich kann doch nicht so dadurch ne ich kann mich nicht dadurch schummeln ja ne nein nein das so was oh 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 komm her ja da komme ich zur schatz ja nice ich mag ihre stimme wollte ich nur mal so sagen wollte ich schon irgendwann im letzten paar mal sagen aber naja ups hi na du kannst du gar nicht mehr zurück ne glaub ich oh äh bosskampf hi naja bosskampf ja da ist nicht der letzte kampf ne ja ich muss die dinger hier einfach alles kaputt macht erst mal mein Gott müssen so viele Gegner hier noch kommen weiter kann ich nicht hin diese Viecher diese Typen gehen wir so auf die Nerven ich bin eigentlich der Typ schon schwer genug so ey jawohl jawohl danke ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht dass die den Bosskampf so gut durchsetzen können in dem Spiel aber anscheinend muss ich hier eines besseren beraten ich weiß nicht wie viel ich glaube die dritte oder die zweite da unten habe ich ganz viele grüne Dinger gesehen wie komme ich da hin okay von mir kann ich bestimmt nicht drin sonst hätte ich ja alles kaputt machen können hier okay kann ja auch unmöglich nix sein aber muss ja gucken was war da oben komme ich nie mit dem langen Typen denen ich helfen sollte und die mich trotzdem irgendwie angreifen ich glaube hier hätte ich hingehen sollen und ich habe wieder voll da oben was verpasst egal auch was kannst du das wagen was ich will doch nicht überall runter gehen aber ne ich kann auch klettern ich habe schon wieder zurück das ist so eine überpowerte Fähigkeiten überall klettern zu können au was im nachhinein war ja sogar nichts ich hab sogar getroffen halt mal hier war ich noch nicht nett jetzt auch nichts okay dann ups vollmännert bäms 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 sehr schön dann ups wo was äh äh ich weiß nicht wie ich diese Typen erledigen soll hier deswegen sag ich tschüss dann dankeschön und auf Wiedersehen dann schon wieder lang und da ist noch so ein Typ und da ist noch eine Trohe ganz erstmal flüchten hehehe 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 meine Güte gibt es da aber richtig ab gerade muss ich ja schon mal sagen was ich ja erledigen egal ist mir egal ist mir egal ist mir egal das mit dir los klangpumpel ne so weh habe ich dir noch nicht getan du hast ein chill und ich krieg dich kaum zu fassen also mach mal halblang hier ich möchte die dinge haben und so 100 werden der 500 war ja irgendwie was verlangen die level in ein paar zu schaffen dann guck ich das an wie die 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 ignorieren einfach alles was da unten auf uns warten könnte zum beispiel ihr so ein ding wieder wahrscheinlich kommt noch in die postkampf oder so ne man da möchte noch nicht hin der kaputt gemacht du blöder regelt ihr so oft die alle abwehren der und ich an die heran kann der ist auch mein schwert zu lahmarschig weil ich mein standard schert irgendwie das beste kann aber eigentlich sein weil sie auch schon wieder richtig aus wo zum teufel muss ich lachen da war mal eine längere folge glaube ich muss mich noch mal nach oben gehen und gucken was da ist ihr könnt mich doch mal hey oh i can't believe you just did that i'm gonna murder you for this nein hey wenn du immer noch da rum ist ich hab dich kaputt er ist ja geflüchtet von meiner macht so jetzt noch mal hier hoch und nach rechts gehen wobei das schon verdammt richtig aussah wahrscheinlich ihr seid auch richtig und ich mache hier einen großen fehler was weiß man ja nicht ziemlich gerade darunter geschossen wie kannst du es wagen so wäre das richtig ich habe schon wieder so einen typen sehr gut so weiter herunter alles gibt mir ich glaube schon alles erkundet da guck mal speedruns ist ja nicht gut das spiel so hier war ich ne und jetzt hat ende ja Ah, das sind die wunderschönen Lizard-Leute, die 12 Jahre alt sind. Schau, Kind, ich weiß nicht, wer du bist, aber du musst hier rauskommen. Das ist ein sehr schlechtes Ort, um jetzt zu sein. Warte, was ist denn... Geh raus, jetzt! Okay. Wart zum... Was ist das denn? Ähm... Wie sieht man hier so levelmäßig aus? Äh, wow, ich hab schon beinahe alles sehe ich. Okay, ich würde dann sagen, wie sieht man die nächste Level so aus? Oh, 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 dann müssen wir wahrscheinlich... Also das Gefühl, wir müssen gegen natürlich gleich kämpfen im nächsten Level. Na gut, dann würde ich sagen, das ist doch ein passender Schnitt im Moment. Dann sage ich mal, ich benötige mich alle herzlich zu schon und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.